Moin Leute, ich kriege mein Video nicht gemacht, weil Mr. Harig und Mr. Stinky liegt neben mir, hat Angst vor Gewitter, trotzdem muss ich jetzt das Video machen. Worum soll es heute gehen? Ich beschäftige mich seit Tagen so ein bisschen mit diesem Thema Lora und besonders auch mit dem Thema Lora Gateways von Mikrotik. Und ich habe mal ein bisschen Theorie für euch mitgebracht, worum geht es hier überhaupt? Wenn man das Thema Lora anspricht, dann spricht man eigentlich das, ja wie soll man das Internet der Dinge sozusagen an. Unter anderem, ganz wichtig, Lora selber ist erstmal, nehmen wir es mal, eine Übertragungstechnik, Low Power, Warn Area Network, also wir übertragen irgendetwas mit wenig Leistung über Funk und da, wo wir halt alle funken dürfen, zum Beispiel im 868 Megahertz Netz, ihr kennt das, eure Fernbedienung von der Garage und so weiter. Hier mal einfach ein Beispiel, was brauchen wir, um ein sogenanntes Lora Warn denn zu betreiben? Also erstmal ganz wichtig, das was ich hier in der Hand habe, ist einer der Gateways. Die sind so unerlässlich wichtig, die müssen überall, am besten überall in Deutschland und es hängen auch aber von tausenden in Deutschland, Lora Gateways aufgebaut werden, da kann man natürlich eine externe Antenne anschließen, komme ich aber gleich noch zu. Und draußen, ja kursieren sozusagen überall irgendwie Internet der Dinge Geräte durch die Gegend. Das hier zum Beispiel ist jetzt so ein kleines Baukastensystem mit Display, da ist eine GPS-Antenne dran, damit kann man noch ganz andere verrückte Dinge machen. Aber das Ding hier reportet zum Beispiel, wenn ihr es mitführt, da kann man eine Batterie hinten dran schrauben, hält das Ding trotzdem mehrere Tage locker aus, auch ohne Strom. Und dann reportet einfach seine GPS-Position, Höhe, Geschwindigkeit und zwar über Funk und in einem Broadcast-System. Das heißt, das sendet einfach aus, es gibt keinen direkten Empfänger, aber so ein Gateway hier empfängt die Daten und das mittels Funk. Und dieses Gateway geht hin, liest diese Daten einfach mit und schickt die an ein Netzwerk. Und da sind wir jetzt beim schönen linken Thema hier, The Things Network ist eins der Netzwerke, ich würde sagen der europäischen Netzwerke, die sozusagen zur kostenlosen Verfügung stehen für die Allgemeinheit. Denn wenn ihr hier zum Beispiel ein Gateway mit in dieses Netzwerk reinhängt, dort werden dann sozusagen diese Daten verarbeitet und letztendlich dem Empfänger, der ein Endgerät hat, wie zum Beispiel jetzt hier, ihr seht es hier oben auch im Bild, zur Verfügung gestellt über dieses Netzwerk. Denn das ganz normale Gateway, wir springen gerade hin und her, das macht aber gar nichts, denn dieses Gateway macht folgendes, nimmt die Daten von einem Sender. Es kann das hier sein, es kann ein Hundehalsband sein, es kann ein Heizungsthermostatgerät sein, wo drinsteht, du hast irgendwie 12.000 Einheiten an einer Heizung verbraucht. Egal, dieses Gerät nimmt es auf und schickt es halt eben an das Netzwerk, wo dieses Gateway diese Daten weiterleitet, hin an. Besten Fall natürlich The Things Network, ich habe es gerade schon gesagt, in europäischen, landen, weiten, wie auch immer, ist das so das Netzwerk, was auch ich überall verwende. Es gibt aber auch, passend für diesen Kanal, diesen ganzen Serverbereich als Self-hosted, das werde ich mir definitiv in einen meiner nächsten Livestreams mal reinziehen, das ist das Thema Chip-Stack. Da kann man sich wirklich, The Things Network, wenn man so möchte, als Serversystem mit mehreren Servern übergreifend und so weiter und so weiter, kann man das Ganze sich aufbauen. Und dann kann man wirklich die Daten, der Internet, der Dinge, was diese einzelnen kleinen Gerätschaften mit was auch immer für einer Payload, es ist völlig egal, was darüber geht, kann man dann ganz normal managen und dann diese Daten im Endeffekt dann endlich auf Ethernet, auf IT-Ebene weiterverarbeiten. Aber ihr habt es jetzt schon in meinem langen Blabla sozusagen rausgehört. Das Wichtigste sind eigentlich die Endgeräte, ja irgendwie schon, aber die Schnittstelle zwischen allem, dem Server und den Endgeräten, wo wir die Daten irgendwie verarbeiten wollen, sind halt eben die Gateways. Es gibt auf dem Markt, ich glaube, was weiß ich, 50 verschiedene Gateways, die sind alle echt nicht günstig, um es mal einfacher zu sagen, aber ich, der mit dem Hersteller ja Mikrotik und mit dem Router, wo es ziemlich gut vertraut ist, hat halt eben, oder Mikrotik selber hat halt eben auch LoRaWAN-Gateways. Und jetzt kommen wir zufälligerweise, sind auch noch die hier die, die bezahlbar sind und auch dazu noch super geil funktionieren. Es gibt noch was von Sense Cap, aber fand ich jetzt nicht ganz so gut. Was bekommt ihr denn hier? Ihr bekommt hier wirklich einen kleinen Mini-Router, der hat eine Ethernet-Schnittstelle, die 12-Volt-Schnittstelle, nochmal die 12-Volt-Schnittstelle und einen Antennen-SMA-Stecker, damit man eine externe Antenne anschließen kann. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Objekt, ihr seht schon, einfach so ein Amazon 8-Euro-Ding, funktioniert ganz normal in Ordnung, ein kleiner Magnetfuß dran, SMA-Stecker dran, um das halt eben hier unten rein reinzuschrauben. Jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ihr euch überlegen solltet, auch so ein Gateway, weil wie gesagt, das ist eigentlich so das der Gateways und auch bezahlbar und top, was funktioniert, aufbauen wollt. Dieses Ding hat auch eine interne Antenne, die sieht man hier auf der linken Seite. Die ist auch für das entsprechende Frequenzband, also 868 MHz, ist die hier auch ziemlich gut abgestimmt. Es gibt jetzt aber eine wichtige Sache. Im Ursprungslieferzustand ist die interne Antenne, ihr seht es hier, hier ist das Kälbelchen, nicht verdrahtet. Das sind ja so interne, ich kenne die Anschlussnamen jetzt gerade nicht, nicht verdrahtet, sondern intern ist standardgemäß der SMA-Antennenanschluss verdrahtet. Also, wenn ihr das Ding ohne externe Antenne betreibt, müsst ihr es auf jeden Fall aufschrauben und diese interne Antenne, die hier außen standardgemäß dran ist, müsst ihr einmal diesen Stecker hier ganz normal auf das LR8-Board aufstecken. Nur dann werdet ihr auch gute Empfangssignale haben. Ansonsten ganz ehrlich hier, 8, 9 Euro Antenne und ihr seid mega, mega glücklich und ihr bekommt richtig gute Empfangsrapporte. Ja, das Wörtchen Rapporte war schon richtig, Empfangsrapporte, also gute Dezibelzahlen, wie ihr halt eben die Pakete, die über Lora und ja, auch bei dir zu Hause kommen definitiv Lora-Pakete an. Ich habe das Ganze schon mal angeschlossen, ihr seht hier oben baumelt hier meine Antenne, aber ich wollte euch noch viel mehr zeigen, wie es einfach mal kartentechnisch der Gateways so bei uns in Europa, jetzt gerade hier im deutschen Bereich, so ein bisschen aussieht. Da sieht man schon, das ist das gesamte Netzwerk von TheThings Network, wo solche Gateways drin hängen und das Ding verbraucht 3, 4 Watt und ihr tut etwas fürs Lora-Netzwerk, für TheThing Network wirklich, wirklich was Gutes. Man sieht es, die sind überall verstreut, auch ich betreibe natürlich schon lange, lange, lange hier bei mir ja an meinem Standort in Mülheim ganz normal ein Gateway, was wirklich für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ihr seht es hier, hier sind sogar zwei, einmal das, was wir hier gerade testen, einmal das, was bei mir oben im Dachboden, ganz oben auf dem Dach halt eben läuft, wird hier ganz normal mit angezeigt. Und das Ganze geht mehrere Kilometer weit, also man kann wirklich sehen und hingehen, welches Netzwerk bzw. welches Gateway, wo welche Empfangsrapporte irgendwie hinleitet, was man so alles empfängt. Aber wir als Empfänger auf so einem Gateway sehen gar nicht, was wir empfangen, denn diese Informationen sind nämlich alle erstmal verschlüsselt, das ist auch richtig so. Ihr leitet hier mit einem Gateway diese Informationen zunächst nur weiter und nur der Empfänger, nur der bestimmte Empfänger eines solches IoT-Gerätes als Beispiel jetzt hier, kann sozusagen die übertragenen Daten nachher bei sich als The Thing ganz normal entschlüsseln und dann auch die RAW-Payload, also den Klartext, was übertragen wird, lesen. Doch trotzdem, wir sind beim Gateway, das Wichtigste aus dem gesamten Netzwerk, denn ohne Gateways kein LoRa-Wahn, kein gar nichts. Und ich will jetzt mit euch zeigen, wie easy das ist, einfach hier mit dem Mikro-Tick-Ding und mit so einer einfachen Publing-Antenne das LoRa-Netzwerk einfach so ein bisschen zu erweitern. Ich würde sagen, gehen wir in die Konfiguration ein. Also wie gesagt, ich glaube Mikro-Tick mit der Winbox brauche ich euch nicht mehr erklären, gibt davon genug Videos auf meinem Kanal. Das Ding hat eine reine Default-Konfiguration, das Einzige, was ich getan habe, ist wirklich, ich habe ihm einfach gesagt, nimm bitte dein Evernet 1 Interface, setz da drauf einen DHCP-Client und zieh dir einfach eine IP-Adresse namens 4062. Sonst ist konfigurationstechnisch hier alles beim Alten, außer, dass es jetzt natürlich für diese Kiste mit dem LR8-Chip, der da drin verbaut ist, den wir eben gesehen haben, die finden wir hier in dem Menüpunkt IoT, den Menüpunkt oder den Reiter LoRa. Und da haben wir es schon. Es ist eigentlich alles für euch vorkonfiguriert. Selbst hier die ganz normalen Channels, worauf diese, nennen wir sie, extra mal kleine Funkkarte lauscht und hört auf den entsprechenden Frequenzen, wie hier 868100, 868300 und auch mit der entsprechenden Frequenz Bandbreite von 125 Kilohertz, wo LoRa oder wie LoRa sozusagen ausgesendet wird. Und noch viel interessanter, auch hier hinten sind schon alles vordefiniert. Müsst ihr nicht machen, sind die gesamten Netzwerke, die so, nennen wir es mal, global relativ bekannt sind. Ich habe es euch gerade schon gesagt, hier haben wir, glaube ich, für uns das Allerallerwichtigste, das europäische The Things Network. Ihr seht, The Things ist gefühlt irgendwie alles. The Things Network, das ist das, was wir hier gerade eben gesehen haben mit dieser Riesenkarte, ist auch schon hier drin. Ihr müsst da also auch erstmal nichts weiter tun. Wenn wir wieder nach vorne gehen zu den Devices, dann seht ihr auch wirklich, das ist euer Gateway mit eurer Gateway-ID. Behaltet bloß eure Gateway-ID, ihr könnt die auch ändern bei euch. Ich zeige sie euch, meine ändere ich jetzt gleich natürlich ganz normal wieder ab. Und ihr müsst hier nichts weiter tun, außer sagen, alles klar, wähl bitte den Network-Server The Things Network V3 EU hier aus. Und das war's, das war's. In meinem Fall habe ich jetzt hier noch angegeben, Antennen gewinnen 7 dB, das könnt ihr auch weglassen und mehr müsst ihr nicht machen. Ab diesem Zeitpunkt, während das dann hier in den Status Enabled geht, werden alle Pakete, die über LoRa versendet werden und dieses Gateway mitliest, das können wir uns jetzt gleich auch angucken, ich weiß aber nicht, ob dieses Gateway hier jetzt Daten empfängt, weil wir hier gerade drin sind, werden diese Informationen an The Things Network weitergegeben. Ihr könnt das natürlich sehen hier unter Traffic, leider haben wir hier nichts, ich hole mal eben kurz mal ein anderes Gateway. So, hier ist mal ein anderes Gateway und da kann man ziemlich gut sehen, dass da wirklich, wirklich, wirklich viele LoRa-Pakete empfangen werden, aufgenommen werden und weiterverarbeitet werden, an The Things Network weitergeleitet werden. Man kann das hier alles sehen, man kann wirklich auch sehen, dass das hier Datenpakete sind, ihr könnt da quasi auch reingucken. Und klar, ihr empfangt ja auch die Payload, ihr übersetzt die Payload und schickt die halt eben weiter. Problem ist natürlich, die ist verschlüsselt, die Payload, ihr könnt damit nichts anfangen und auch für jedes einzelne Device gibt es einzelne Schlüssel und so weiter. Aber ihr könnt zumindest sehen, ihr empfangt Daten und leitet diese Daten weiter. Ihr könnt aber auch natürlich nicht sehen, für wen sind die Daten da. Deswegen seid ihr ja hier schließlich mit der Mikro-Tick-Kiste nur ein LoRaWAN-Gateway. Ihr seht, während ich euch hier voll quatsche, sind schon wieder vier Pakete hier durchgegangen und werden halt eben dann wirklich an das Netzwerk weitergeleitet. Aber ihr könnt das Ganze euch auch so ein bisschen visualisieren natürlich in The Things Network selber. Ach, guck mal, da, da hat das Gateway jetzt doch, was wir hier gerade live machen, sogar ein Datenpaket ganz normal empfangen. Es hatte zwar einen CRC-Fehler, aber ihr habt gesehen, es kam ein Paket an. So, und wenn wir jetzt einfach mal wieder zu meinem Device gehen und jetzt hier diese Gateway-ID uns einfach mal kopieren und meldet euch einfach kostenfrei, selbstverständlich, hier ganz einfach im The Things Network an und geht rein bis in die Konsole. Und wenn ihr dann im Menüpunkt Gateway seid, wie gesagt, alles kostenfrei, ganz, ganz wichtig, ne? Könnt ihr hier einfach ein Gateway hinzufügen anhand seiner Oi und wir fügen das einfach hinzu. Wir nennen das Ganze jetzt hier einfach mal YouTube und sagen, fertig. So, Wichtigste, ich habe ja eben schon mal erwähnt, wir sind hier im 868 Megahertz Bandnetz, Megahertz-Bereich. Und wir wählen hier SF9 for RX2. Es steht sogar auf Recommended aus. Das ist wirklich sozusagen der Frequenzplan, wenn man so will. Und wir sagen einfach Register Gateway. Jetzt habe ich natürlich meine ID seit eben nicht geändert, mache ich mal eben. Ich habe jetzt meine ID schnell geändert, braucht man nur ausschalten, einschalten. Ihr seht schon, Status Starting oder Starting dauert also eine Sekunde, bis dann sozusagen das Ding hochgefahren ist. Wir können aber hier schon mal sagen Confirm, sagen hier wieder YouTube Frequenzplan SF9 RX2 und wir sagen Register Gateway. So, jetzt ist das Gateway ganz normal in eurem Account hinterlegt und jetzt könnt ihr auch wirklich mal hier auf der Plattform selber sehen, was passiert denn jetzt hier eigentlich mit dem Gateway? Was läuft da drüber? Ihr könnt jetzt selbstverständlich, es macht Sinn, dem Gateway die Informationen geben, ja, wo stehst du denn? Wo bist du denn lokalisiert, damit andere Leute zumindest auch sehen können, wo ist denn dieses Gateway? Über welches Gateway fließen denn gegebenenfalls meine Informationen von meinen Endgeräten? Oder wo sind halt eben Gateways verbaut? Sonst würde es halt eben diese riesengroße schöne Karte nicht geben. Weil ich jetzt hier aber nicht darauf warten will, dass hier wieder Datenpakete flitzen mit meinem geschlossenen Fenster und wat ne alle Tier und ich wohne hier gefühlt in einer Gebäudeschlucht und so weiter. Oder gucken wir uns besser auf TheSings Network einfach mal mein anderes Gateway ein, was auf dem Dach ist und natürlich regelmäßig und im Sekundentakt gefühlt Daten bekommt. Gucken wir einfach mal da rein, dann will ich euch das nämlich da einfach zeigen, dass ihr hier wirklich sehen könnt, dass hier Datenpakete flitzen bis zum Gehtnichtmehr. Das zählt natürlich dann auch für euer Gateway. Wenn wir einfach mal reinschauen, kann man hier wirklich sehen, dass hier wirklich die reinen Nutzdaten übertragen werden, dass sie empfangen werden. Ihr könnt auch auf alle Pakete einzeln draufklicken und wirklich sehen, mit was für einer Empfangsqualität ihr dieses Paket erreicht habt. Und ihr seht Informationen bis zum Gehtnichtmehr. Natürlich bleibt die Payload, die ihr dort empfangt und weiterleitet an den Empfänger, für euch verborgen. Doch trotzdem könnt ihr hier einfach mal alles gnadenlos sehen, was dieses einzelne kleine Datenpaket denn beherbergt für Informationen. Denn da kommt mir nämlich wirklich super viel an Informationen zusammen. Was soll ich euch sagen? Und mehr war es eigentlich auch gar nicht. Ein Gateway, wie ich anfänglich ja schon sagte und in der Zeichnung sagte, ist ja für nichts anderes da als Schnittstelle, als die Funkschnittstelle zwischen den Geräten, die draußen auf der Straße rumlaufen, vielleicht eure eigenen Geräte und halt eben dem Serversystem, was dahinter hängt. In den meisten Fällen halt eben das ganz, ganz große TheThings Network. Ich denke mal, ich werde mir jetzt demnächst definitiv meinen eigenen TripStack-Server halt eben dann aufbauen. Ich glaube, das große Problem solltet ihr jetzt mit diesem Video hier verstanden haben. Wenn ich mir ein eigenes Serversystem aufbaue oder mit einem Serverchen, dann ist da natürlich auch nur dieses eine Gateway von mir drin. Das heißt, entferne ich mich hier vielleicht mal 10, 12 Kilometer von meinem einzelnen Gateway, was ich irgendwie nur habe in meinem Netzwerk, dann kann natürlich mein eigenes TripStack-Serversystem fürs LoRaWAN auch nur so weit funktionieren, wie mein Gateway ist. Beziehungsweise, wenn ihr die Community meinem ChipStack-Server beitreten würdet mit euren eigenen Gateways als Beispiel nur, dann würde sich natürlich die Reichweite vergrößern und das ganze System bildet so eine Art Meshing oder Matschensystem auf Deutsch. Ich werde natürlich für euch auch einfach mal hier dieses kleine ESP-Bord mit GPS-Modul einfach mal aufbauen. Das ist ein reines kleines Arduino, was man da einfach draufschmeißt und dann können wir wirklich sehen, wie der kleine Tracker hier einfach GPS-Signale übers LoRaWAN zu unserem Gateway in unser Serversystem reinjagt, wo wir dann sehen können, wo ist denn dieses kleine Tracker-System. Denkt dran, das ganze Konstrukt ist alles kostenlos, klar, ihr kauft euch die Hardware, unsere Fummelei, unsere Hobbys kosten halt eben nur Magnete. Wenn ihr das hier alles irgendwie sehen wollt, ich packe es euch hier einfach unten in die Links rein, könnt ihr euch einfach mal alles ansehen. Ich würde sagen, ich frimmel hier einfach mal mit meinem LoRa-Zeug ein bisschen weiter, wir sehen uns dazu im nächsten Video, macht's gut, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video, wir sehen uns beim nächsten Video, wir sehen uns beim nächsten Video,